was geht herzlich willkommen zurück ich bin heute in der city drin und ich möchte euch einmal einen tipp geben wie ihr jede woche 2500 wie sie machen könnt den trägern bestimmt schon eine ganze menge leute aber wenn du besonders gut bist dann kannst du eine millionen wie sie bekommen und zwar indem du in der track bei dem kart rennen die schnellste zeit in der woche erzielst sehr sehr unwahrscheinlich weil irgendeiner sich immer rein glitscht und irgendeinen trick kennt den keiner hat aber selbst wenn es nur 2500 wie sie sind für das unterbieten der standard gesetzten zeit dann soll es so sein und das nimmt man doch mit zur steuerung ganz kurz du gibst mit er zwei gas du kannst mit x nun turbo aktivieren du steuerst mit dem linken stick du kannst mit l2 driften sehr sehr wichtig sage ich direkt und du kannst mit dreieck ein geister card schalter betätigen das zeigt dir an von wem du quasi ja da fährt immer eine figur mit dreieck entweder bestes rennen des nutzers also meine beste runde habe jetzt noch keine gemacht pace card das ist dann einfach nur die die zeit die man schaffen muss das werden wir gleich nehmen dann kannst du es ausschalten oder du nimmst den führen das heißt der der aktuell auf platz eins ist wir nehmen das pace car damit wir wissen ob wir in der zeit liegen und dann machen wir jetzt einfach mal gemeinsam diese runde und dann wünsche ich euch viel spaß und viel erfolg vielleicht schafft ja irgendwann mal einer von uns die eine million wir starten rein so du kannst jetzt direkt den turbo nutzen ich dürfte hier ganz gern driften und turbo auch immer ganz gut ich kenne die strecke jetzt nicht man hat hier sogar jump drin driften und turbo wie gesagt hilft ganz nett steuerung ist gar nicht so einfach vor allem wenn man mit dem driften noch nicht so gut zurecht kommt ich muss mich dann auch hier rein finden wie man sieht aber es ist so dass man die zeit auf jeden fall schafft und wenn man das dann geschafft hat dann bekommt man seine 2500 wc auch direkt gut geschrieben wenn ich das noch richtig in erinnerung habe von der woche zuvor man sieht hier rechts den turbo verfügbarkeit balken der wird immer sehr schnell leer das muss man sich gut einteilen wenn man herausgefunden hat wo man den am besten benutzt dann ja dann hat man auf jeden fall ein vorteil wie gesagt von uns wird wahrscheinlich sowieso keiner die top zeit machen die top zeit gilt übrigens für alle drei runden nicht nur für die eine deswegen jetzt schön konzentriert bleiben mit jung und kall dir die moneten ihr seht schon ich drifte sehr viel ich weiß nicht ob man so viel driften muss ich habe letzte woche ungelogen drei oder vier stunden nur auf der kartstrecke verbracht und ihr müsst im hinterkopf behalten falls ihr mich kennt oder auch falls ihr mich nicht kennt ich bin eigentlich my team spieler ich bin nur ganz ganz sporadisch im my player drin und dass ich drei stunden vier stunden also stunden in diesem modus hier verbracht habe das sagt einiges darüber hinten entweder über meine meine psyche oder darüber wie viel spaß mir das macht diese zeiten hier zu jagen nicht einfach weil ich dachte okay ich hole mir jetzt hier eine millionen wie sie ich mache jetzt die beste zeit das macht alleine schon bock seine eigene zeit zu jagen und sich da ständig zu verbessern das macht bock ich weiß nicht wer von euch mario kart spielt wer von euch formel 1 gerne guckt und spielt wir haben jetzt die zeit vom pace card um zehn sekunden unterschritten haben auch direkt die 2500 wie sie bekommen ich hoffe das video hat euch geholfen falls sie den ort in der city noch nicht kannte dann kennt ihr ihn jetzt und ja man hoffe dass ihr weiter dran bleibt wenn ihr neu seid lasst ein abo da dann sehen wir uns beim nächsten video wieder ich bin erst mal raus dabei